Moinsen meine Lieben! Ihr habt euch bestimmt gewundert, Sonntag kein Video von Andi und Michi, was ist denn da los? Tja, kleiner Unfall, knöchernder Sehnenabriss, wurde operiert. Ich bin erst mal so sechs bis acht Wochen außer Gefecht. Sobald die Hand wieder so halbwegs eine Maus bewegen kann, schneide ich euch das Video von dem kleinen Zwischenfall hier. Ansonsten hoffe ich, dass er Andi noch ein bisschen filmt, sodass wir euch noch ein paar Videos bringen können in den nächsten Wochen. Ansonsten fahrt schön auf eurem Bike, seid vorsichtig, bleibt gesund. Ciao!